Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das war ein Befehl, das war ein Befehl, das war ein Befehl! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generare, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmale Aktionen nur behindert. Es hat mit denen nur ein fischigen Widerstand in den Weg gelegt. Ich hatte gut daran getan, um jahrelang alle Höheroffiziere registrieren zu lassen wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt. Ganz Europa erobert. Verräter. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte, gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich, der wollte ich. Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf. Dann sind Sie bei Sie wohl. Und dann sind Sie bei uns der Barriere. Ich kann mit Ihnen überlegen, dass ich Sie bei Ihnen hier mit der Barriere. Die Barriere.